Wie kann ich an Ihnen drauf? Nur zu drei. Gut. Äh, doch. Identifizier das mal. Das kann drauf zu ihr. Wir haben Level-Ups. Schöne Level-Ups. Vier Trefferpunkte. Und zwei. Ja, bei ihr. Noch ein magisches Geschoss am besten. Und ja, hier mal Feuerpfeile reinpacken. So. Und Dorn. Zehn Trefferpunkte. Und die TV und Zahn. Okay. So, nun geht es wie ihr. Hat sie noch was Besonderes dabei? Nein, noch nicht. So, Viconia muss nur noch wieder von dem Ding aus hier einen Schlummer erwachen. Und sich heilen. Nach einem Wesenskeitsverbau nochmal. So, die beiden hatten jetzt ihre Stufenaufstiege. Sie wäre die nächste, die einen hat. So, jetzt geht es. Ich habe jetzt erfahren, dass ich wusste, dass ich das überschreiben kann. So, wie ihr wünscht. Ah, die sind jetzt wieder normal. So, dann können wir mal die Höhle betreten. So, dann können wir uns darum kümmern. Ja, mein Schatz. Aber natürlich, Schatz. Gehe du mal vor. Au. Oh, Mist. Worum geht es diesmal? Ihr braucht nur zu fragen. Ich werde mich im Haken drehen. Darum tut. Verfolgt er mich nach draußen. Das war nämlich ein padamter Fleischkohle. Ich werde mich im Haken drehen. Ich werde mich im Haken drehen. Darum kümmern. So, kann sie die Palli hier entdecken. Ja, kann sie. Worum geht es diesmal? Alles geht, aber ich tue nicht alles. Aha. Ja. Okay. Dein Strom im Zaun auch noch böse rein. Wie kann ich... Ich werde mich im Haken drehen. Darum kümmert. Oh, wenn das euer Wunsch ist. Oh, wenn das euer Wunsch ist. Au. Okay. Worum geht es diesmal? Ja, mit Fäumen. Was ist durch Tue? Wie ihr wünscht. Komm, Böhm. Sicher. Sag an. Ja. Aber natürlich. Scheiße. Ja. Ah, der Fleischkolem hat irgendwie keine so große Lust. Okay, Waffe unwirksam. Und da braucht es das Verfahren einfach um. Ja mein Schatz, mit Vergnügen. Wie kann ich helfen? Für euch mit Vergnügen. Also ehrlich, suchen wir einen anderen Weg dahin. Gibt ja noch eine andere Seite. Wenn das euer Wunsch ist. Ah je. Ja, wie ihr wünscht. Also ja, nix so gut, gibt viele Erfahrungspunkte, aber ist trotzdem grad nervig. Das ist noch nerviger. Wie kann ich, wie ihr wünscht. Wenn ich so weitermache wird die Feuerweinbrücke nachher richtig lustig. Nur zu fragen. Für wenn das euer Wunsch ist. Da geht's. So... wie, Konia hat jetzt auch einen Stufenaufstieg. Acht Trefferpunkte, zweiter, dritter Grad. Oh, schön. Nur noch eine Heilige Macht. Und dritter Grad. Mittlere Wunden. Magie-Bannen wäre manchmal nicht schlecht zu haben. So, war das der Einzige hier drin? Geld. Da. Ein Pavillonstrang. Ja, mein Schatz. Das haben wir wirklich gut zusammen bewältigt, findet ihr nicht? Vielleicht sollten wir unsere Arbeitsbeziehung auf mehr als eine Schatzsuche ausdehnen. Natürlich nur, wenn ihr wollt. Meine Fähigkeiten sind Diebe schon da tun, falls ihr das noch nicht selbst herausgefunden habt. Ich brauche keine Diebe, nur nicht mal eine unglaublich großartige Moment. Was sage ich denn da? Natürlich, ihr könnt jederzeit mit uns arbeiten. Ihr habt die richtige Entscheidung getroffen, aber jetzt sollten wir über die Führungssituation in dieser Gruppe sprechen. Dann muss ich meine Meinung nach etwas ändern. Okay. Ja, damit ist das abgeschlossen. Das ist ein Heilungselixier. Das ist ein Gegengift. Absorbationstrang, den hat er schon einen. Und das ist in dem Fall Visionstrang. Der kann auch erst mal da rein. Wolfsumhang, der Fehler von Rilea. Der Träger kann sich auf Wunsch für zwei Phasen in einem Wolf verwandeln. Zauberstäbe sind dann dein Repertoire. Handbuch der Gesundheit, Einkonstitutionen permanent und Verletzungsfeile. Ja, es macht eigentlich keinen Sinn, an jemand anderem außer mir diese Dinger zu geben. So, beim nächsten Stufenaufstieg müsste ich rückwirkend mehr Lebenspunkte kriegen, weil meine Konstitution gestiegen ist. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja? Wie kann ich helfen? So, und damit sind wir hier auch fertig. Ihr braucht nur zu fragen. Ihr braucht nur zu fragen. Ja, die Map hat sich echt gelohnt. Wir haben ein paar gute Stufenaufstiege hingekriegt. Mit den Fleischgolems, den Sirenen und allem. Wie weit bin ich eigentlich von der hohen Hecke ein gutes Stück entfernt? Aber ja, als nächstes geben wir die Gebiete dann ab. Habe ich gesagt? Hatte ich gesagt? Oder wir machen erst ein paar Silus glatt. Auf jeden Fall ein Weg von den Nymphen, Sirenen und Mord und Totschlag hier. Was zur Hölle? Ich tue mich alles. Worum geht es diesmal? Sag. Ja? Ja? Okay, das war jetzt unschön. Wie ihr wünscht. Das war echt unschön. Ich fühle mich so sinnlich. Worum geht es diesmal? Zauberung, Ring, Geld, Knochenring, mehr Geld. Ja, ich werde mich im Haken drehen, darum kümmern. So. Knochenring. Okay, das hat wieder nicht geklappt. Dürfen wir bitte jetzt weg von hier. Und dann mal rasten. Hier unten. Hier unten. Vielen Dank.